Ja, da haben wir sie, glaub ich mal. Das waren alle so weit, ja. Da hast du ein Colt in die Fresse. Da hat's a point this moment. Tommy, das find ich richtig geil. Was will ich denn jetzt? Auf geht's. Ja, natürlich. Ja, danke, dass du jetzt auch noch hinten einsteigst. Du hast erschossen. Fünfmal. Los. Steck ein. Wir müssen los. Los. Auf geht's. Ja, danke, Cops. Du seid so scheiße, ne? Natürlich bin ich wieder Most Wanted, weil ich auch sonst nichts anderes zu tun hab. Scheiße, ich bin vorbeigefahren. Falsch gefahren. Kacke. So, nochmal. So, diesmal schauen wir's. Hopp. Gang rein, hopp. Jawoll. Los, get it. Oh, Danker. Oh, Danker. Ey, WTF! Ey! Los! Alright, hinten sind schon. Na, Pauli, da ist Wand, du Idiot. Los geht es Los geht es Los geht es Los Pauli wir müssen jetzt so Los geht es 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 Los geht Los geht es 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 hinterlässt Los geht es Los geht es Los geht es okay gut der ist gerade eben wie es aussieht war natürlich da ist unser homie So, jetzt haben wir eine Zaun-Off. Durchbrüse habe ich gesehen. So. Scheiße. Okay, hätte ich nichts machen können. Gut, machen wir es halt nochmal. Ich weiß, dass er jetzt wo er ist. Boah! Das lief doch jetzt schon mal ein klein wenig besser. Auch wenn es die richtig dumme Milchbode war. Okay, das war es dann auch mit dir. Was ist los? Was macht der so für einen Stress? Das ist doch gar nichts los. So, dann nehmen wir mal einen Schlüssel mit. Und den Safety Case nehmen wir jetzt. Okay, don't get it. Wir könnten jetzt die Haupttreppe hochgehen, aber das wäre saugefährlich und ziemlich dumm. Äh, wir nehmen hier den Secret Exit. Können wir einfach nach oben chillen. Verschlägt die Mission, die ist richtig geil. Vor allem richtig geil inszeniert. Gehst in ein Hotel und ballerst einfach alle ab. Ja, und der chillt. Was für ein Arsch, ey. Was war das jetzt? Ja, genau. Sicherlich. Danke. Weil du mich ja auch gerade eben gesehen hast, ne? Fischkopf. Ja, dessa просancing. Ja, rutinarien. Ja. Das war doch immer noch so ein Pizzer, oder? Okay, direkt war das Tod. Ich muss ja noch die dumme Kuh finden. Natürlich mit 23 Arps wird das richtig schwer, also... Okay. 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 So, da Ah! What? Tom? What? What? Michelle? What are you doing? What's going on? What are you going to do? What do you want from me? I'm sorry Michelle, but I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk and someone lost a lot of dough. You're dangerous to us. It isn't true. It couldn't be true. Tom, wait! I didn't know I'd hurt anyone. I wanted to help my brother and... I knew it. This could only happen to me a total screw-up. I can't just kill a young girl. A young naive fool who wanted to help her own brother? Probably a real bastard. On the other hand, it's worth getting killed over it. Get dressed and get out. Thank you. This place is going to blow in a little while. I don't want to see you in this town again. Nobody can see you here anymore. Thank you so very much. In this town you're dead. Go away and never show your face here again. Get it? I promise. You will never hear about me again. Have mercy. I have a fair way. I have a badass勢 if you have to... Get it. Now I'm going to hide you now. Please help me! Ah! Das war's dann wohl, ne? Ich hab ganz vergessen, dass ich mein Mikro meldet. Ich hab für extra so Sinn nachgebracht. So, jetzt müssen wir ja verschwinden. Weil sonst nehmen wir die Cups und die wollen uns ficken. Very hard in der Arsch. Ja, mein ich ja. Very hard in der Arsch. Ja, bring mich da oben. Hier, kannst du. Hier, verpackte Spiele. Du kannst einfach mit dem Bullen machen, was du willst. Sie töten dich einfach nicht. Irgendwie endet alles, ne? Ja, ich bin sicher.